Wir blicken nach Tübingen, denn dort sind die Kinos ausverkauft. Es gibt dort entsprechende Vorstellungen, die Corona-konform sind. Und wir fragen uns, sind die Kinos jetzt tatsächlich wieder offen? Einlass gegen Schnelltest, so das Modellprojekt. Die Leute reisen tatsächlich hunderte Kilometer weit an, nur um endlich mal wieder ins Kino zu gehen. Jetzt zerbeiß ich's. Macht es.